Schönen guten Tag die Leute es sieht wahnsinnig kalt aus in Campbells keine Ahnung warum das gerade so blau und kalt aussieht was passt ja zu Kryostasis weil... na gut hier ist gerade nicht so kalt aber es wundert mich gerade ein bisschen weil jetzt geht die Sonne gerade wieder ein bisschen herauf ich hab Schluss es ist 11.35 wir sind hier stehen geblieben wo muss ach ja wir haben wir hier den typen um doch mensch die hören auf mit ruckeln muss ich jetzt hier ja hier war ich auf jeden fall noch nicht ist das gerade ein atomzeichen da was denn das das sind hier ich sehe so komisch aus ich bin reis egal hey soll ich euch helfen go to the cabin and send up the crane let's try it again wieder zurück laufen ok 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 machen wir das hier auf wow ist ja richtig mechanisch ich stört dass ich das weiß aussehe aber naja kann ich auch nichts machen jetzt was ach hier hoch ok Trololololol Ähm Geht irgendwie nicht Ah Was soll ich denn das wissen? Ich dachte, das geht so Was soll's Raufgeschissen Ja, okay Das hab ich erst verstanden Weil runter ist, nochmal runter Ja Kein Ding Was machen die eigentlich? Aber wir haben es geschafft Das ist schon mal Positiv, okay Fünf Muss ich denn jetzt hier vielleicht zurück? Oder komme ich von Nee, von hier komme ich nicht Hier gibt's ja gar nichts Gibt's ja gar nichts Ist auch voll für den Arsch Aber naja Wir haben es erkundet Das sind voll die Forscher Na, wann kommt der nächste Monster? Na? Wo bleibt's? Achso, jetzt ist hier offen Okay, ich verstehe Nächstes Kapitel? Nächstes Kapitel Ich mach glaube ich in der nächsten Aufnahme Ich nehme da noch ein paar auf für morgen Ähm, andere Einstellungen Weil ich hab jetzt hier Tageslicht Tageslicht gefällt mir aber nicht Bewölkt Nämlich wahrscheinlich schon Ist zwar nicht bewölkt Aber Dann seh ich ein bisschen farbiger aus Weil so So, was seh ich jetzt röd aus? Äh Nicht so wirklich, ne? Naja 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 Mir geht's gut Ich bin gesund Mir geht's eigentlich nicht besser Also das Spiel würde jetzt mal weitergehen Aber Naja Okay Hat jemand gepupst? Hat jemand gepupst? Hallo? Na, wann kommt der nächste Gegner? Da liegt Munition Da ist ein Knopf Munition Munition Achso Das ist die Tür von hier Drücken wir mal Nicht, dass es auf mich los schießt Dann Okay Ich dachte, es schießt auf mich los oder sowas Aber wir können es auf jeden Fall wärmen Das finde ich mal nice Noch ein Stück mehr Jo Gefällt mir Und jetzt? Da vielleicht auch Irgendwas Hier von hier komm ich doch, oder? Hier ist nix Kann ich das hier vielleicht nehmen? Nö Okay, dann muss ich vielleicht wirklich doch zurück Muss ich zurück? Ah Was? Au Ah, da ist doch der Kleine Nicht getroffen Moment Jetzt können wir mal das Schaufschützen rausholen Menschen sehen, oder? Hallo Ey, ist doch voll getroffen Ist doch voll getroffen, oder? Hey, cool Ah, das finde ich echt Guck mal in das Fernrohr In das Zielfernrohr Man sieht das wirklich Wird man da nicht so nerven, ey Ey, sag nicht Das geht so nicht Haha Wow Natürlich müssen wir jetzt nachladen Yo Ist er noch da? Hallo In your face Was ist mit dir? Nee Nein Hallo Ist es jetzt Bist du jetzt mal endlich tot? Hätte man noch Hallo Haben wir es jetzt, der Herr Wir haben es Dankeschön Oh, eine Fresse Hier komm ich jetzt da hoch Ach, hier geht's weiter Hab ich noch nicht gesehen Oh Hi Hey Dude Ich hab natürlich keine Granate Oder so Warum auch, ne? Moment, der steht grad so schön da Headshot Hat Spaß gemacht BTF Fielter denn aus Was geht ab? Und? Krap Ah Nice Ski Ski Geh mal noch ein bisschen ab, Ski-Party Yo, yo Mau, ich hab schon davon Das sieht er ja gar nicht Hehehe Dann kann ich mich nicht wärmen, ne? Ah Oh, es ist gut, dass du wieder zurückgekommen hast Ich habe alles vorbereitet Aber du musst es Double-check Hör auf Der Kapitän ist auf den Weg hier mit einem anderen Problem Unsolvable Unsolvable Again Er geht nach mir Und ich ihn Konsole Wie ein Kind, wirklich Es muss sein Derzeit Jetzt, zurück zu unserem Business Das ist, zumindest Solvable Geh auf die Plattform Ich habe die Röder Mehr instruktionen wird folgen Once du da Okay Danke Ich geh mal weiter, okay? Netter Herr Netter Herr Au Kippen Guck mal, ist russisch das Das sieht aber nicht grad sehr vertrauen, sehr weckend aus, ja? Ich geh die auch so auf, bitte Bitch, please Telefon Hallo Da rein Warum ist da so ein Atomzeichen dran? Oh Okay Okay Was mache ich hier? Was mache ich hier? Yo Okay Ich vertraue dir jetzt einfach mal Keine Ahnung, was ich tue Wo ist denn der Balconie? Wo ist denn der Balcon? Wo ist denn der Balcon? Da ist der Balcon Hier rüber, okay Wow Irgendwas mega cooles machen wir anscheinend gerade Irgendwas wichtiges Jedenfalls Sieht aus wie ein Brennstäbe, oder? Von, von dem Atomdings Das sieht aus wie ein Brennstab Das ist ein Atom-U-Boot Das ist ein Atom-U-Boot Das ist ein Atom-U-Boot Das ist ein Atom-U-Boot Irgendwas Ah, ein neuer Brennstab muss jetzt rein Oh 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 Was ist er? Hier ist Ich muss das Ding wieder rein ähm ähm reinlocken Befestigen hier festmachen Ihr wisst schon was ich meine Ihr könnt doch englisch Wir stöhnen hier rum Ich bin alter Mann hier Stöhnen rum Pull the button Muss ich das auch noch machen Ich muss nicht ernsthaft noch zurücklaufen Boah Ja ja Mal eine längere Version aber Vision nicht Version Ähm Wie Ja Hallo ich muss doch hier zurück Oh Achso es gibt verschiedene Oh Oh Nicht den ernten Oh Soll ich den Weg laufen Wo muss ich den lang Wo muss ich den raus Kann ich nicht daraus wo ich hergekommen bin Das war am sinnvollsten Da komm ich nicht rüber Hä 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 Ich hoffe mal dass YouTube heute mal mit den Upload erlaubt Weil gestern ging das ja total ganz und gar nicht Keine Ahnung wieso Sie geht Kann ich hier raus Ich kann ja auch nicht Hä Da Fuck Wieso kann ich nur noch raus Wollen die mich trollen Wollen die mich trollen Wollen die mich trollen Sie wollen mich trollen Das ist nicht witzig Hier vielleicht noch Hä Kann ich hier äh hä hier wenn ich nix machen das ist fest ich kann die nicht gerade tun ja bin ich hohen hallo ich wird kann ja raus da war es doch gerade bin ich etwa lol ich bin es heute unten lol ich würde einfach sagen, ich probiere dann hier im nächsten Part rauszukommen haut rein und tschö tschö